Und eine neue Rune für mich. So, Freyla. Oh, Truppen von hinten. Das ist nicht so schön. Hört ihr die mal. Bitte. Sehr nett, danke. Du siehst hier die Höhle, weil wir sind eine wirklich versperrte Höhle. Hm. Irgendwas muss ich mit der doch... Well, well, drag me backwards. If it isn't the little wannabe maid. Old Mother Freyla wouldn't have recognized you by your scaly appearance alone. I mean, being all grown up. But I can both see and sense your soul, I can. Not an aspiring maid anymore. More like an errand boy. Looking for that curious biography of the Sidrian bloodline I helped myself to the other day. Right. Well, since you've been nice enough to help me before, I'll grant you passage to my old cavern. Just be careful. It's full of nasty critters. You have a new objective. Das sollen die garstigen Gegner sein. Das ist ein einziger Höllenhund. Das ist für Baal doch ein Spaziergang. So. Und Missionsziel erreicht. Was auch immer wir jetzt gekriegt haben von ihr. Entweder Gold oder irgendwas anderes. Total unspektakuläres. So, hier machen wir noch einen Manscher hin. Und dann folgen wir der mal weiter. Ah, ich kapiere, das hier sind Teleport-Bäumchen irgendwie. Da kommen neue gegnerische Truppen wahrscheinlich rein. Die fallen uns in den Rücken, wenn wir sie nicht ausschalten. Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Deathslayer, wir haben eine Proposition, um zu betrachten. Ein unserer Schäuern kam aus einem Gruppen von Goblins aus der Grisnot, Digging für einigen Artefakt. Sie können uns helfen, wenn wir sie drei Schäuern haben, um sie zu helfen, eine Maiden zu schäuern, und ein paar Explosives. Hm-hm. Heroes sollten gut machen, Schäuern. Juste schäuern sie auf drei Schäuern und senden sie zu der Prison. Ich nehme sie von dort. Also, ich habe eine Farm auf dem Weltmap, wo man eine Maiden kann. Schamanen-Ausgrabungsstätte. Übernimm die Kontrolle über die Ausgrabungsstätte, indem du die dort lebenden Goblins des Grisnot-Stammes tötest. Hilf den Goblins. Äh. Da ich keinen Kerker bauen kann. Ich werde mir keine andere Wahl. Als hier ein paar Goblins zu maschen. Zu denen doch Schamanen. Ich hoffe, das gibt immer noch dieselbe Anzahl an Punkten. Ich hoffe, das gibt immer noch dieselbe Anzahl an Punkten. Wahrscheinlich bringt mir das wieder natürlich Minuspunkte ein, bei denen... Ah, jetzt kann ich den Blitzen so. Und einfallende Helden mal wieder. Ah, sehr interessant. Wir haben irgendwelchen Ramsch gefunden. Ja, ich sollte meinen Berserker da aus der Schussbahn holen mal. Obwohl, hat sich erledigt. Gut. Sowas finde ich immer irgendwie ein bisschen gemein, wenn man eine Quest macht, wo man nicht unbedingt eine Einführung, wo man einen bestimmten Raum benötigt, den man nicht unbedingt hat. So. Sind alle gut ausgerüstet, außer... Sind alle schon Stufe... Ne, du bist noch nicht Stufe. Drei. Was auch immer das für Geräusche gerade waren. Trollidon. Äh, sind wir eigentlich bald fertig? Hoffe ich mal. So, hier ist noch so ein Beschwörungssteinchen. So, hier ist noch so ein Beschwörungssteinchen. Und ja, ich habe gerade gehört, ein Teleporter gehört. Also tatsächlich, die Trollidons werden durch die Teleporter geschickt. Die Trollidons und Tugelswerge und alles. Andere auch. Deswegen zerstören wir die Dinger, dann haben wir Ruhe. Und nein, Grafikglitches, oder? Out of the pen, into a hell home. Da war ganz kurzzeitig mal so ein Schattenglitch. Okay. Hat sich aber anscheinend zum Glück wieder... Nein, da war er schon wieder. Okay, es glitscht gerade alles. Deswegen... werde ich mal kurz bevor es eskaliert das Spiel hier speichern. Äh. Und hoffen, dass wenn ich ins Optionsmenü zurückgehe. Ja, das ist okay. Also hier sieht man schon mal gar nichts mehr. Gut, ich starte mal kurz das Spiel neu. Und dann sehen wir uns gleich wieder in dem Level an der Stelle, wo ich aufgehört habe. Weil ich möchte nicht wieder mit solchen Glitches kommen. Also bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Hoffentlich jetzt vom Glitchen erlöst. Ich habe jetzt einfach mal das ganze Spiel neu starten müssen und hoffe mal, dass das was gebracht hat. Es halt nervt mich, aber zum Glück scheint es nicht in jeder Mission zu passieren. Ich meine, bis jetzt sind wir auch schon auch die ganze Zeit davon verschont geblieben eigentlich. und ich würde mal sagen, dann sind wir jetzt kurz vor dem bösen, bösen Tor. So, hier ist eine neue Rune drin. Sehr gut. Und was erwartet uns hier drin? Warte, bis die Hex-Meisterin die Barriere durchbrochen hat. Töte die Bestie. Meister-Höllenhund wird von Mini-Höllenhunden beschützt. Okay. Ah, Trupp 2 hängt wieder sehr kraftfest. Das ändern wir mal kurz. Ja, ich denke mal, Truppen können wir einfach jetzt so opfern. Oder wenn einer kurz vor dem Sterben ist. Wow. Au. Ah, Miss-Hunstil erreicht. Sehr schön. Ein Riesen-Höllenhund. Great teamwork today. The Grimoire is mine and the curator has already allowed me a sneak peek. And? Come on, spill the beans. Well, it contains a listing of all greater demons believed to be present in Ardenia. For instance, there are references to a gigantic slime-creature called the Misslaga and to a slumbering monstrosity named Brunwazza. But, at first glance, I must say that the most promising specimen is the one called the King of Black Phantoms. He's supposed to live in the ruins of the abandoned dwarf city Groove-Urtat, not far from here. Why not Brunwazza? He's a legend. Smelly one, sure, but still a legend. Trust me on this. I will get access to all books describing Groove-Urtat and read them on the way. Let's get going. We have us an arts demon to ensnare. Jo, mission Erfolgreich. Erfüllt zu 100%. Erlangt die XP. Jo. Fortfahren. Well, ein Evolutionspunkt. Ah, wohin gebe ich den? Am besten hierhin, weil hier gibt es, glaube ich, den. Genau, Heilungssaurer. Heiter der befreundeten Einheiten um die ausgewählte Heilheit herum, 15 Sekunden lang um 5 TP. Genau diesen Zauber hätte ich gerne. Der ist doch nämlich ein bisschen mächtiger als der Blitz. So, da will ich mal kurz gucken. Ah, ne? Ja, 100% abgeschlossen. Das einzige, was nicht zu 100% ist das hier. Und das wäre der nächste Akt, aber das lasse ich jetzt mal gut sein. Ich lese ihn da beim nächsten Mal vor, die nächste Mission von Akt 3. Äh, Kapitel 3, Akt 2. Nur mal den Titel. Die Pforte zu einer Art Hölle. Okay, klingt schon mal vielversprechend. Jo. Wir haben ja schon ziemlich weit durchgekämpft, aber hier ist noch viel offen. Ich bin mal gespannt, ob wir das auch noch alles hier befrieden müssen, das Gebiet. Wobei, ich weiß, dass das ganze Spiel nur vier Akte haben soll. Aber das wählen wir ja dann, wenn es soweit ist. Okay. Ich würde sagen, ich mache hier jetzt erstmal wieder einen Cut. es ist wirklich schade, dass ich die seelenlosen Einheiten nicht beschwören kann. Flammendes Orange sieht komisch aus. So sieht das Blaue irgendwie noch am besten aus. Ja, und das hier haben sie ganz komischerweise jetzt übernommen. Intelligenzpist, hier sieht bloß bei es mal unterschiedlich aus. Aber Einheiten seelenlose. Skelette und Sokobusse als Grundeinheiten. Scheusade wahrscheinlich als Fernkämpfer und Kobolde. Ja, Kobolde werden im Kult gemacht. Genauso wie Skelette. Sokobusse und Scheusade im Schreiertuch. Jum, ich gucke mal mal kurz die seelenlosen Einheiten mal so an. Und hier kann man irgendwie noch Papierin oder Teufel freischalten. Jum. Hier nix, aber hier die Spelunke und Kult. Also ist die Medusa wahrscheinlich eine Teufelseinheit und die Vampirin eine seelenlose. Schreiertorium für den Höllenhund. Also scheinbar ist das Schreiertorium so die Dämonen Anlaufstelle während der Kult die Anlaufstelle für die Untoten ist. Okulus Schreiertorium Dunkelzwerg Schreiertorium Trolleyton Kult Ich bin böse aber ich will nicht lila sein. Kann ich das Profil nicht so speichern, dass ich immer grau bin? Grau sieht immer noch am besten aus glaube ich. Ne, jetzt sieht er fast aus wie Ninja Turtle irgendwie. Nein. Also wie Dings Leonardo. Miquelangelo. Michelangelo. Wo ist rot? Rot gibt es gar nicht. Ok. Gemeinheit, ich wollte Raphael machen. Na gut, genug rumgespielt. Ich mache jetzt erstmal wieder einen Cut. Also bis bis gleich.